Musik Wo ist der Scheiß? USB-Stick USB-Stick, ja, du drittst jetzt noch in den Serverraum, wo ist denn dieser Serverraum? Na hier, wo ich gerade drin stehe, ist der Serverraum, aber ich sehe hier keinen USB-Stick Warte mal, wo dieser drin stehe ist, ist zufällig So Da hinten ist er in den Serverraum, bei 4 Ja, da bringt er nichts, hier ist keiner drin Ich glaube, hier ist der, ah ja, ich bin da dran Da war ich auch schon irgendwie gar nicht drin Aber eigentlich muss das Ding ja da drin sein, sonst blieb ich mal eben hin und mehr Ich bin der Bulldozer Ich schaue den Bulldozer Ja Ja Ich hab zwei Nades Ja, alles kann jetzt, was jetzt Äh, achten den Scheiß wohl Äh, daumen drauf geholt Allgemein Und jetzt, Junge Ja, jetzt bin ich mal eben Googlen, aber wir haben ja keinen Zeit dafür Ich geh mal bei einem PD-3 USB Okay Also Hilf mich ein bisschen zu protecten, Alter Irgendwie Was? In der Manager's Office Wo ist das? Ja Das ist so wichtig Ich meine, der fährt hier oben auch Ja Er hat mir gedacht, das ist was anderes USB Museum Ich guck mir jetzt kurz mal ein Video an Das geht ja nicht so Oh Ich werde hier beschossen Oh Ich hab jetzt noch nie Ich guck mal rein Das ist hier irgendwie in so nem Büro Das ist hier Das ist hier Das ist hier Ja Aber das ist so ein Büro Das ist doch bei E4 Ja Ja Das ist da ein Server Das ist da unten bei dem Ja, Moin Nehmen Serverraum Bestimmt Ich glaub ich weiß jetzt wo Ich hab jetzt Ich hab jetzt E7 Ich hab jetzt E4 Und E4 Kann hier irgendwo sein Hm, okay Hier unten in der Mitte Ja, hier Ich öffne das Ding jetzt noch Das ist safe Das ist safe Das hat der USB-Stick So groß Hör mir drauf Tee Hör mir drauf Hab denn Den USB-Stick so groß Da hab ich dir gemeldet Ja, aber da ist auch noch eine Feldarmee rechts von mir. Da war die ganze Zeit, ich dachte, wo der war. Bei mir ist das auch fest, in der Hölzding ist versteckt, hinten in der Wand, in der Mitte, das ist ein Safe. Sehr gut, mach mal jetzt einfach schneller. Jetzt willst du noch mal, okay, komm. Wenn du ungefähr gemerkt hast, wie die ganze Echo 2 und so, können wir gerne mal. Ja. Lass mich mal. Komm mal. Wie du willst. Ja, ich will jetzt check-train. Was? Check-train-Stick. Aber müssen wir jetzt durchschaffen. Müssen wir jetzt durch. Na, ich mein ja nur, ne? Ich weiß nicht, wo der USB-Stick ist, da kannst du mir den Toast nur überlassen. Find da nur den bestiegen. Ich sag mal, da kann man jetzt durch das Tor oder irgendeinen anderen Eingang finden. Was? Kann ich von außen geschlossen werden? Ich glaube wir müssen... Aber wir sagen ja, wir haben zerspottet. Alter, lass einfach wieder Ramazomber machen, oder? Ich suche grad einen anderen Weg rein, aber ich glaube da ist jetzt wieder zu können. Ist leider nicht von außen Öffnungswebens. Aber wir müssen dann den Tor. Der Tor ist das einzige, was ich zu sehen. Die Quarkartoffel. Ja, ja, warte mal auf hier. Ich ziehe jetzt direkt die Basketschrober an. Du willst das ja dann unbedingt drüber machen. Also wissen wir auf jeden Fall wo alles ist. Ja, du merkst da die QL-Cons. Dann äh... Klop, klop, klop. Beantwortet. Ich muss nur Lukas beantwortet. Ja, das ist easy. Kannst du auch weitergehen? Ja, was sagst du? Oh, so ein Insekkelkamera. Oh! Der Tor ist ja… Das war auch die Frage, zeig ich warum. Digga, komm an! Ich muss die Kamera rein, da oben. Noch ein. Direkt da. Äh, falschen. Da kommt einer zu mir. Und der Typ da der ruft Ist gar nicht Da, ich muss den hier bei den Mannschaften zu dir gehen Nö, das wäre zu spät Da können wir uns nicht ums Säuse haben kümmern, du geh nicht aus Du hast kein Schalli Ich dachte, der ist mit dir dicht drin Ja, und unten habe ich die cool Aircodes Er hat den Schalli erklärt, oder? E-T-Marecodes, ne? Du bist der Code ich schon, aber gleich kein Dings mehr Kein Problem und nichts Du schaust die ganzen Aircodes raus Ich habe jetzt circa gemerkt, wo das Ding war Das eigentlich gar nicht so ein alter Schlatter-Outline E-T gebracht Und der Fassel, äh, hat er Zeit oder was der war Für mich ist das E-T-Marecodes, auch für's Wett, das war hier, das war hier Ich habe hier nicht Entschuldigung, die sind Ja, ich habe auch schon mal gesehen, wo ist hier Ja Ja, ich habe schon mal gesehen, wo ist die Speastick, ja Moment, da. Ja. Jetzt geht er da alles viel schneller. Aber weiß wie. Aber weiß wie geht er da alles viel schneller. Zuck mal gleich. Alter. Ich hab verdient's aus. Fuck. Komm schon. Ja. Ach verdammt. Bis jetzt kurz. Scheiss Kick. Ich hab schon mal den Kontroll. Ist ja wieder gleich der Richtige. Ja. Ich weiß ja nicht selber was. Einen Moment, ob das wir eigentlich für die 6 gewissen sind. Die Kriegs, aber du glaubst hier eben. Was? Remember where they're keeping the paintings. E4 und E7. Ich hab die Gemeinde von immer in die Oste. Von der 2 bis zum Zimmer. E3 und E6 ist, äh, die Vekarios. Aber ich denke, E3 und E6 sind erstmal wichtiger. Was jetzt saft er auch da eben, ja. Ich geh mal ein bisschen Rückwegung mit der Zeit. Warte. Alter, bin ich die jedesmal so anballern, ne? Dass die zurückfallen, alter. Kann ich hier nicht so kurz... Ich bin ein bisschen lächerlich. Super-Fido-Kill. Killed the shield. Go! Ich bin ein bisschen lächerlich. Ich bin ein bisschen lächerlich. Ja, ja. Und das ist ein bisschen schweißlich. Ja. Klasse, gut. Ich hab auch noch ein Kuh, der Kuh. Ja, 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 ja. Das hier ist alles unter Lockdown, ne? Jetzt müssen wir erstmal hier mit dem einen D-Binger... Wir müssen uns erstmal kalibrieren, von unten aus. Oder hier auch. Wir können's hier eben kalibrieren. Die Dinger unter Lockdown, ich will unter Lockdown. Ah, das ist noch Lockdown. Ja. Ich weiß aber, dass du mit dem Filiz ist. Ja, da, du wirst hier weg wieder. Ja, Jackie? Warum denn? Ich bin ja nur mit meinem Bruder dran, sag mal. Alles klar. Ich hab einen gefunden. Alles klar. Guck, ob wer das ist. Aber wenn er die auf jeden Fall einmal drinnen, und er wird für den mittlerweile gefordert, dann geht der da fast wahrscheinlich. Ja, komm schon. Das wär viel leichter, wenn er mal mitmachen will, mit dem Hacker. Bin ja ehrlich. Digga, ich muss doch hier viele QR-Codes haben, Alter. Du hast gar nicht zu viele. Ja, dann sollen wir sie haben. Sicher, dass du dich einfach drehen verbraucht, wenn du mir mal auf einen sucht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber... die Sicherheitssteuerung letztlich ist. Die Sicherheitssteuerung letztlich ist. Boah, ich geh hier jetzt, ne? Die haben wir gut. Die drei hab ich schon geöffnet. Opa. Opa. Aurea. Die sind ja die Controls. Da muss ich ja checken. Ich hab's ja schon hier unten ausgemacht. Ich geh jetzt mal oben als Einsatz. Die will... Ne, da braucht es nicht. Ich dachte, die kann ich aber eigentlich drücken. Die kann ich auch hier in meinem Sacken. Das ist wie es ist. Aber sie sind immer noch hier. So, nicht mehr relaxen. So. 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 So, ich weiß nicht, wenn ich immer eins aur organisations kommen kann. Die doch auch eins auf. Der Ал прот Karin mit einem USB-Stick verdammt vorgeschickt ist er jetzt. Der ist mir einfach verwendbar. Baa, ist ja auch drauf. Ain't alles. derタ Frankie 6. Okay, dann gehen wir mal ran, aha. Okay, dann geh ich direkt rein. Oder, äh, Recherchier zu einladen. Aber ne, der läuft ja eh geschoff. Was? Ja, egal. Ich lass die jetzt erstmal da stehen. Na, gesehen. Ich hab E3, E6, E1 und irgendwas. Ja, ne. Ja, weiß ich nicht. Ich mach hier mal alles auf. Das ist E1, äh, hab ich E1 auch? Ja, muss ja eh, ne. Der hat ihn mal brauchen. Wieso kommt jetzt auf E1? Lass da lieber ab. Ich weiß nicht, wie wir die Klasse brauchen. Ja, ja, ja. E3, E6 hab ich auch und E1 hab ich auch. Warum E1? Warum? E1 und E5, ne? Ja, E1 braucht man auch. E1, wieso? Warum? E1? 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 Entschuldigung! Oh! Oh! Abbiegen! So! So! Ich werde mich blössens auch rauf sein! Ups! Der Nade aber nicht! Ich habe da vielleicht noch eine gedroppt! Okay! Okay! Jetzt sieht sie ganz gut aus! Ich habe schon zwei Taschen wieder! Okay! Du hast den Luftschaube im Raum signalisiert, ne? Ja! Nein! Ich habe mir alle fünf Gemälde geschnackt! Von Charmio! Was ist das? Ähm! Ich habe wirklich die Gemälde! Ich bin jetzt einfach nicht mit! Ich brauche aber erst mal gewählt! Ich habe Kunstsachen! Ich bin zwar kein Gemälde bei ihm! Ich weiß aber, ist egal! So! Ja! Ach der Schälen zu einfach mal 1! Ach, das wollte ich doch lieber selber direkt! Ach! Scheiße! Scheiße! Nicht tough! Naja, so lange sie so sind Ich brauche aber nur einen Ich brauche nicht Können Sie zu streppen? Ich habe keine Angst! Ja, ich hab keine Angst Ich habe keine Angst Wir haben uns sehr früh an mit dem Bulldozer. Äh... Sind's doch auch. 4 Minuten 2 Minuten 1 Minuten But now 3 Minuten 1 2 2 1 Oh, cool go! I thought you'd be a chillin' son! Get him in a kill blocks! Come on, man! So, hier ist nur noch ein Spray dabei. Dude, sie touchen die O-Side! Die O-Side! Polizistisch, sie touchen die O-Side! Die O-Side! Die O-Side! Ja, das ist auch ein Spray dabei! So viel Ruf oder was das bei dir ist? Ich habe wirklich eine verdammte Schild! Also ob... ...die Säue... Ich habe einen Dauntdack! Auf dem Dock! Das ist ein Dämmischer Sniper! Also nicht... Warm! Okay, fass mich schon! Nein! Wie geht der die Fosche ab? Auf dem Dauntdack! Ja, ich nehme dich! Ich werde die Fosche platzieren! Nein! Da nehme ich! Gesundheit! Ach, verdammt! Der ist so... ...und... ...ja... ...weiß noch nicht lieber nach... ...und... Ich hasse dich! Ich weiß, das ist ein B-Dose! Dann... ...und... 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 Ich schieße ja nicht mit drauf hier, aber das ist einfach ein Problem, dass der Drucker schießt. Wo bist du denn? Das sah auch nicht aus. Ja weißt du, er macht sich dann gemütlich und wenn wir hier den Server noch bekämpfen. Das wird ja nicht mehr. Digga, ich habe eben auch einen allein bekämpft. Aber ich wusste, wir müssen ein bisschen hinwachen, Alter. Die Kuss sind ein bisschen hart. Ein bisschen hart? Ja. Was ist denn da unten jetzt? Da ist die Vicarie oder was? Haben sie die Cloud? Ja du kriegst immer noch eine Taste. Okay. Ja. Da sind wir rein da. Das weiß er nicht. Das weiß ich nicht. Oder was anderes. Oben. Da ist irgendwas. Zum Aufpicken. Ich geh mal da hin. Hier. Das ist die Vicarie. Ne, das ist die Ausrüstung. Das ist die Vicarie. Genau. Wollen wir noch mehr sein? Was? Ob hier unten noch mehr sein wollen? Ja. Ja. Auf jeden Fall ist ein Klasskammisch hier. Ich habe nichts zu so aufdauen. Ach so. Wie soll ich denn ein bisschen den abverlandern? Ich glaube ich wollen wir die ganze Zeit oben bleiben. Ich bin unten. Hier oben. War eine Ausrüstung. Ja, warte ich hab sie. Ah, bis da nicht. Oh shit. Wir können gehen. Ich hab noch eine Klasse. Wollen wir einfach abhauen? Denn ich sehe nur Ausrüstung. Da unten ist noch eine. So. Dann lass abhauen. Abhauen? Ist doch viel besser jetzt. Ja. Hast du schon ein Kipp, was hier los ist? Ja. Ja, ich bin schon tot. Die nichts da noch. Ob er abhauen soll. Ich weiß nicht, ich muss jetzt zwei Juggernaut. Das ist jetzt schon wieder allein erledigen. Ich weiß nicht, was für alles abgeht, Alter. Aber das ist auf jeden Fall die Feier. Ich weiß nicht, wann du wieder kommst. 40 Sekunden. 45. Okay. Wieso mich da irgendwie hier zu verstanzen? Hm. Hm. Fertig. Aber ja. Sie sind gleich da vor mir. Die dann einfach noch mitnehmen können. Und warten. Die Tasche bei dir. Die die jetzt einfach wirklich raus. Nein, ich weiß nicht, du soll mich nicht hier. Aber hier ist ja. Und hier ist ja nicht. Sie sind die Leute. Ja. Alter, look out! So. I killed the fucking Flutter. Hoxton is out of custody. Wo ist das? Wie ist das? Sie sind die Nindy? Ja, ich weiß nicht. Okay. Ich hab 30 Schuss, Alter. Ich hab ihn nur noch einmal gezählt. Ab nach oben. Ich hab ein bisschen Bully. Was hast du da hier gemacht? Wurde sie gerade. Tja. Komm mal. Komm, scheiße. Ich dachte, da waren noch ein oder zwei. Oder was weiß ich. So was hier ist. Ach so, ja, was da jetzt war. Oh, da gab es aber. Toll, ich bin hier. Da gab es richtig gut XP, Alter. Was? Ich täusche dich. Es ging. Ich bin auf 39. Ist das falsch? Ja, das hat zwar... Etwas über die Hälfte geballert an einem Head-Level. Aber hier ist nicht... Ach ja, ich bin 39 jetzt gerade. Wir haben die Hälfte ungefähr, ne, am Gemälden. Aber egal. Ja, das wurde eh zu kritisch jetzt. Hast du ja gewerkt. Aber guck mal. Ich glaube, ich hab jetzt richtig schnell hier gerade geballert, ne? Ich will jetzt ja nicht sagen, aber... Überleg mal, die Hälfte an Gemälde waren schon 660.000. Da! 1911 hab ich jetzt auch frei. SP Modell 11. Das ist das doch. Das ist 1911. Wer hat alles gesagt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. разв